Das ist wieder Florinca Special. Wir testen heute wieder so ein Produkt. Zwar für die Katze marschieren. Garaccia. Zeigen den Zettel. Weiter marschieren. Garaccia. Nein, hier. Galaxis. Wir haben ja die Bohrinsel getestet. Wir hatten eine Freude. Und jetzt müssen wir ein Produkt testen. So ein Telefon, ein iPhone 6s. Jetzt können wir hier das Scheiss-Trekord abholen. Hey voilà. Einmal die Geräte. Und einmal die Instruktion. Es steht, was ich mache. Ganz genau. Also gut, danke schön. Gerne. Mach mal. Ist das ein Vakuum. Das muss man schnell da hin. Ah, Katze. Aufleissen. Also, schau mal. Aber du kannst sicher auch die Brosmaschinen brauchen. Jetzt nimmt es sich wunder, wie wir hier die Tests machen. Erstens Bending-Test. Um das Gerät auf seine Beugenfestigkeit zu prüfen. Also, das machen wir. Du musst die Beugung. Bücken da. Also, das geht. Kannst du es wieder geben. Vollführen Sie einen Scratch-Test. Scratch heisst doch kratzen. Leck mal den Arsch. Da kannst du da kratzen. Mal schauen, ob das geht. Das geht. Heattest. Sie prüfen das Gerät auf die Hitzeresistenz. Also. Gut. Wir machen die hier bei der Sockel. Dann haben wir hier. Ein bisschen Öl. Schneller. So, also. Die Hausfrau kann nicht lesen und kochen gleichzeitig. Sie hat jetzt das Rezept da. Und hat rundum eigentlich das Gemüse, das sie daran kocht. Bei sie geht alles eigentlich noch gut. Auch in der Pfanne drinnen ist also der Betrieb noch möglich. Jetzt sagt er, das muss abkühlen. Das bringt natürlich gar nichts. Und jetzt ist fertig lustig. Jetzt zeigt der Scheissdreck nichts mehr an. Jetzt ist ihr Fazit. Völlig unbefriedigend. Gerade bei Zucker musst du mit anständigen Temperaturen anrösten. Also gut gehabt. Kannst du hier anstellen. Kannst du hier putzen. Wie soll ich es nicht brauchen? Das Telefon hat keine Sch pillars. Die Schildkirche. Das Telefon steht nicht bereit. Der ist gespräch auf heute. Saya dir das noch für heute. Das ist sowieso. Die Schildkirche. Vielen Dank.